Ist zu wenig Helligkeitsinformation im Auge, kommen Sie nicht darüber hinweg, das Auge einfach selbst zu malen. Wie einfach das geht, zeigt Ihnen Calvin Hollywood in diesem Film. Hi, hier ist der Calvin und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr Augen erstellen könnt. Tja, das klingt recht heftig, aber bei diesem Modell sehen wir, die Augen sind sehr dunkel und wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine selektive Farbkorrektur anlege in der Füllmethode, die aufhellend ist, wie zum Beispiel Linie abwedeln, ich komme nicht mehr an die Helligkeitsinformation im Auge dran, die Augen sind einfach zu dunkel. Tja, wie erstellt man sich so ein Auge? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich erstelle mir eine leere Ebene, nehme mir einen Pinsel mit etwa 40-50% Deckkraft, habe hier jetzt mal so eine braune Vordergrundfarbe und werde jetzt einfach mal hier innen drin den Bereich ausmalen, wo später dann auch heller sein soll. Nehmen wir mal dieses Auge und dann nehmen wir mal noch dieses Auge hier und wie ihr seht, ich bin nicht der Beste im Malen, fast schon talentfrei. Ich nehme hier mal noch so ein klein wenig weg hier an der Seite und mal hier noch ein klein wenig. Okay, das war der erste Schritt, also einfach hier mit Farbe malen, das kann jeder. Und jetzt werde ich mir eine Auswahl erstellen von diesen Pixeln auf dieser Ebene, also von den Augen und das mache ich mir gedrückt auf Steuerungstaste oder Command-Taste und klicke auf die Miniatur. Und jetzt habe ich eine Auswahl. Und auf diese Auswahl füge ich jetzt ein Rauschen hinzu. Und ein Rauschen kann man auf eine leere Ebene nicht einfügen, deswegen lege ich mir eine neue Ebene an und setze diese neue Ebene auf die Füllmethode Weiches Licht. Wieso steht hier eigentlich Weiches Licht? Naja, vor allen Dingen diese Füllmethode und dann füllen wir diese Ebene mit 50% Grau. Und jetzt können wir hier ein Rauschen hinzufügen und dann nehmen wir einfach mal so ein Rauschen von etwa, ja, nehmen wir mal 10%, ja, nehmen wir mal 15%, dass es ein bisschen intensiver ist. Gausche Normalverteilung, monochromatisch, das sieht gut aus. So, wir heben uns mal die Auswahl auf und, naja, so richtig nach dem Auge sieht es jetzt nach wie vor noch nicht aus, also beziehungsweise einer Pupille oder Iris, ich bin jetzt kein Augenexperte. Deswegen müssen wir noch ein klein wenig was machen. Nochmal mit gedrückter Steuerungstaste auf diese Ebene und dann haben wir, wie gesagt, nochmal die Auswahl und jetzt mache ich mal folgendes. Ich nehme hier ein Auswahlwerkzeug und wähle hier den dritten Dialog. Der steht dafür, dass man eine Auswahl abziehen kann und jetzt ziehe ich mal diese Auswahl ab. Ich habe also nur noch dieses Auge ausgewählt und auf dieses Auge wende ich jetzt einen radialen Weichzeichner an. Weichzeichnungsfilter, radialer Weichzeichner, wo ist er? Hier ist er und jetzt wähle ich hier strahlenförmig. Jetzt müssen wir ein bisschen experimentieren. Ich nehme hier erstmal 50 etwa. Das sieht schon ganz gut aus. Wir heben mal die Auswahl auf und jetzt schaue ich mir mal das Auge etwas näher an. Besser. Noch nicht perfekt, aber besser. Jetzt gehen wir mal auf das andere Auge und machen es genau so nochmal. Also, ich wähle erstmal beide Augen aus, ziehe mir hier die Auswahl ab und jetzt kann ich den letzten Filter einfach normal anwenden und der steht hier oben, radialer Weichzeichner. Und auch hier haben wir dann quasi unser Ergebnis. Wir zoomen mal etwas näher ran. Dieses Ergebnis möchte ich jetzt etwas kontrastreicher haben und aus diesem Grund lege ich mir eine Tonwertkorrektur an. Und diese Tonwertkorrektur soll sich nur auf die direkt darunter liegende Ebene auswenden. Also aktiviere ich hier die Schnittmaske. Das ist dieses Symbol hier. Oder mit einem Rechtsklick auf die Ebene Schnittmaske erstellen. Und jetzt kann ich hier noch so ein klein wenig die Details hier im Auge betonen. So sieht es ganz gut aus. Ja, und alles was ich jetzt noch tun muss, sind diese drei Ebenen mit gedrückter Shift-Taste markieren und in eine Gruppe stecken. Ebene, Neu, Gruppe aus Ebenen. Wir nennen das mal das Auge. Und natürlich kann ich hier jetzt noch experimentieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel diese braune Ebene auch mal in eine andere Füllmethode bringen, wie Linear abwedeln. Kann ich die Deckkraft hier noch ein bisschen reduzieren. Und dann habe ich schon ein Ergebnis. Ihr könnt es aber auch im Ebenenmodus Normal lassen alles. Und dann einfach die Gruppe mit gedrückter Alt-Taste auf dieses Maskensymbol ausblenden. Und dann dezent zurückmalen. Wir starten hier mal mit etwas über 40%. Und jetzt male ich mir quasi hier so die Augen ein klein wenig zurück. Man sieht diese Struktur kaum noch. Aber ohne Struktur hätte das echt doof ausgesehen. Und jetzt schauen wir mal den Vor- und Nachvergleich. Ich nehme mal im oberen Teil hier das Ganze wieder ein klein wenig zurück. Aber mit einer weicheren Kante. Sodass es so ein bisschen weicher ausläuft nach unten. Und so sieht es jetzt schon ganz gut aus. Wir zoomen nochmal etwas näher heran. Tja, und das ist eine Möglichkeit, wie man ein Augenmuster erstellen kann oder Augen erstellen kann. Beziehungsweise sehr, sehr dunkle Augen aufhellen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Fragen habt, dann lasst mich die Fragen wissen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.